Meine Damen und Herren. Upsala. Du kommst zurück. Mein Kabel. Hier sollte Rotshop sein. Ist er auch? Da ist er. Herrgott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso? Was? Eins nach dem... Wieso hat... Weil ich dachte, dass sie zu wär. Na, diese... Um sich für die Ermordung ihres Freundes... Ermordung? Ich... Ich suche deine Spießkirche. Die Köhler? Nicht die verfluchten Köhler. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich ver... Erkannt? Ich kenn seinen Namen nicht. Was kannst du mir über ihn... Hab ihn in der U-Schützer-Schenkel gesehen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Warum hast du den Banditen... Welchen Band... Gehört dir, oder? Ist mein Hufkratzer, aber... Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt. Ein Hinkender aus U-Schützer. Mehr weiß ich nicht. Jetzt erzähl und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Keine Sorge. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Nur war da was, dass dort nicht sein sollte. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es begann das Gemetzel. Genau. Ich dachte, sie würden zwar schrecklich... Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Also hast du den ersten... Nein. Nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu... Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt. Falls... Was ist mit den anderen? Weiß nicht. Es könnten... Weißt du, worüber... Ich hab nicht alles gehört, aber... Ich schätze ein... Klingt furchtend. Hätte ich doch geschrien... Hättest du geschrien, wärst du hier trotzdem... Du hättest nichts tun. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Warte! Was ist mit... Ich möchte zum Gestüt zurück. Aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind... Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg... Wirklich? Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immer. Ja, gut, ich mein... Er brauch hier noch schauen. Versuch es einfach. Dann siehst du... Schätze, du hast recht. Weil... Ich hab's ja schon mal gespielt und da... Ist nichts passiert. So... Was ist denn das hier? Da gibt's ein Schloss zum Knacken? Darf ich das einfach tun, oder... Und... Ähm... Ehm... So... Ach, stehlen, okay. Ja gut, das ist alt. Das brauchen wir nicht still. Stählen brauchen wir's nicht... Ich habe gedacht, hier wird irgendwo so ein Versteck gewesen, habe ich gedacht. So, wartet mal kurz. Wir sind hier. Wir müssen aber... Ich muss mal bei mir gucken, was ich... Verteidigung habe ich verbessert, okay. Vorderwacht zum Blocken aus den Gegenden, zum mehr Ausdauer, blablabla. Ja, genau, das machen wir. So. Ansonsten haben wir, glaube ich, ah. Ansonsten haben wir nichts mehr, okay. Genau, ich wollte gucken, was ein Quest-Log ist. Ah, wo, 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 wo? Ach so, es geht ja um den Typen da. Wir müssen als nächstes, was weiß ich, wohin. Ah, da hier, genau. Zurück zum Banner, okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. So. Hoffentlich begegnen wir keinen Feinden. Wir müssen also unsere Sachen da noch verkaufen. Boah, es ist schon spät, ey. Der Bernhard ist doch nicht da, oder? Um die Uhrzeit. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Stopp-Dunkel hier. Der müsste hier sein, okay. Dann gehen wir mal hin. So, wo ist er denn? Der Banner. Schlecht doch bestimmt irgendwo. Nee, er steht hier da. Sieh an, sieh an. Ich suchte nach dem Jungen. Und hast niemanden? Ich musste der Spur folgen. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbens... Ich. Ich. Schweig. Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Wetter... Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden. Aber du bist ein... Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur aus... Ich hoffe, das ist nun ein für allemal gek... Ich habe... Dann raus damit. Brotshopp Flo. Weil er ein... Nun, er hatte recht. Sie haben nach... Seinen Namen wusste er nicht. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschizo umhören. Wir haben hier genug zu tun. Du hast nicht so... Kommt ganz drauf an, wo... Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt das... Herr Hanusch hat ein hübsches... Wie gehe ich am besten... Wir kennen den Standort eines ihrer... Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anst... Wie dem auch sei. Gut, ich kümm... Warte. Herr Hanusch hat außerdem auf... Alles klar. Nun. Ja, das war jetzt ein... Ähm, Nebenmission, das andere. Und... Wir müssen ja erstmal... Zurück zum... Ähm... Was ist denn das da hier? Achso, das ist die Nebenmission. Hier hinten. Wir müssen ein bisschen schlafen. Oh, was für einen Weg nimmt er denn jetzt? Noch nie. Den gefährlichsten Weg, den es gibt. Na, Gott sei Dank. Wir haben es gerade mal so geschafft. Ja, die Ladezeiten. So, wir müssen jetzt mal ins Bett hier. Und dann müssen wir Sachen verkaufen, die wir bekommen haben. Ähm, das Pädchen ist hier. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch hier in die Stadt. So ein paar Sachen verkaufen. Reparieren müssen wir auch noch unsere Rüstung, weil die haben sie uns beschädigt beim Kämpfen. Das war ein langer Kampf gegen den einen, gegen die zwei, die mich verfolgt haben. Ui, ein Wache ohne Kopf. Kopflose Menschen laufen hier rum. Das ist die Lade. Das Lade Sachen, die laden, das laden, die laden leider nicht so schnell. Schau dir diese Gurken an, die bleiben den ganzen Winter frisch. Ja, schau dich mal an, du. Genau, so. Wo ist denn eigentlich hier, ähm, das Pferd? Und wir müssen mal unsere Sachen wieder zu uns nehmen. Sondern besonders die, sehr, ähm... Ja, eigentlich können wir alles mitnehmen. Was, ich bin nicht mal... Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt voll. So, beladen. Okay. Beladen. Verkaufen wir das Zeug, was wir nicht brauchen. Ähm, in den Warenkorb. Ne. Upsala. Ah, ist der in den Warenkorb. So. So, wie laden der? Okay, das ist der noch. Silberring. Ahem. Waffen haben wir gebrauchen können wir nicht. Wir haben mal... Ähm, wann können wir prüfen und feilschen. Lass uns über den... Was sagst du da? Der Skr... Zufrieden? Schön, besser. Okay. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir wie viele? Jetzt haben wir 2,7k. Okay. Wir können jetzt eigentlich kaufen, einkaufen gehen. Und zwar brauchen wir auch noch. Mal gucken, was ich bewaffnet habe. Okay. So. Ich brauche bei der Rüstung... Ne, ich bei der Rüstung. Ich muss das Zeug reparieren, genau. Die müssen ja fragen. Ich kann ja das... Manches kann ich nicht reparieren. Okay, also. Ja, genau. Alles reparieren. Oh, Dieter kann ich das nicht reparieren, okay. Reden wir über den... Ja. Das ist ja ganz schön teuer, du. Ach ja mal, guckt euch das an. Ist das genug? Nein. Mein letztes Angebot. Nur ein... Na gut. Boah, das war jetzt teuer. Boah, das war jetzt teuer. So, und mit meinem Kräutertypen, ähm, wollte ich Ringblumenaufguss und Retterschnaps noch holen. Ups, da ist ja auch gar nicht da. Dü, 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 dü. Vielleicht in einer Stunde. Vielleicht ist er dann da. Okay. 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 Schauen wir mal. Ähm, ähm, ähm. Gott sei mit dir. Hat denn da was dabei? Retterschnaps hat er. Sau teuer übrigens. Ringblumenaufguss, ja. Lässt sich was am Brei... Selbstverständlich. Wie wär's damit? Siehst du? Tja. Ja, so viel Gewinn haben wir auch nicht gemacht. Aber naja. Man wollte eigentlich noch mal fragen, ob ich bei dem eigentlich noch was trainieren kann. Wie zum Beispiel, äh... Bitte zeig mir selbstverständlich. Kann hier nicht was... Ich möchte über... Willst du nicht... Achso, nee, kann ich nicht. Ich muss selber noch trainieren, okay. Okay, gut. Gucken, ob er unser Schwert reparieren kann. Glück und... Besprechen wir den... Klar, warum? Okay, der hat's repariert. Das haben wir noch mal für'n Schwert. Scherbe. Warum haben wir eigentlich die Scherbe genommen letztes Mal und nicht das Schwert hier? Ist doch besser gewesen. Meine Güte. Der ist doch viel, viel besser gewesen. Na ja, ist ja auch egal. Machen wir hier mal einen Cut und machen in der nächsten Folge weiter. Also, bis dann. Das ist schon mal, ich bin gerade mal. Ich bin... Ich bin... Ich bin...